Wir kommen zu Final Fantasy X. Weiter geht's nach dem vernichtenden Angriff von Sin bei der offensive Mihan, der zahlreiche Menschen ihr Leben verloren. Sin zwar auch beschädigt wurde, aber wir mit großen Verlusten dastehen. Eine nicht ganz verhältnismäßige Offensive. Was bedeutet das? Die, die von Yevon auszuladen, sterben. Während die Verlusten weitergehen. Die letzten 10 Jahre haben dich verändert, ich sehe. Sie sehen nicht so gut. Aber jetzt, mehr als immer, Sie müssen die Menschen sein, ihre Hoffnung. Niemand anderes würde sich erwarten, zu zeigen, ihre Sorgen. Aber Sie sind ein Summoner. Sie sind Spira's Hoffnung. Sobald die Schmerzen werden, Sie müssen nicht entschuldigen. Sie verstehen? Ja, ich verstehe. Sie sind Angst? Yuna, ich nehme mir als Ihre Kraft. Als Yuna Leska hatte sie, Lord Zeon. Das ist ein Guadu-Dialekt. Until next we meet. Das ist ein bisschen verrückt. Das ist ein Guadu-Dialekt. Er kam hier für Sie. Das ist ein Guadu-Dialekt. Wie wissen Sie das denn? Ich bin nicht mit dir zu sprechen. Ich bin nicht mit dir zu sprechen. Ich bin nicht mit dir zu sprechen. Du bist der, die zu gehen. Also Seymour spricht Yuna Mut zu, weiter stark zu bleiben und er möchte sie stützen wie Seon, damals Yuna Leska gestützt. Die Bedeutung davon wird bald klar. Und Oran wiederholt nochmal seine Aussage, dass Seymour Jack von Tidus erlöst werden möchte. Deswegen zeigt Jack auch Tidus wie hinterhältlich ein böses Sinn ist. So jetzt gehen wir weiter. Naja, das Glück ihr lebt noch. Und du willst ein Geschenke für mich? Naja. Hey, ihr zwei, hurry up. Sie ist sehr glücklich. In dark times, sie muss be. Sie muss shine bright. Huh? Jetzt sind dark times. Yuna versucht hart. Wir sollten sie dann helfen. Wenn wir Angst haben, sie versucht hart. Do nicht schröne. Keimari kann sprechen. Keimari versucht auch. Schrei, lass mich sehen. Sieht sehr nett aus. Sehr freundlich. So, jetzt sind wir auf der Joe's Straße. Hier erinnere ich mich. Jetzt sollten wir wahrscheinlich was gegen Stein ausrichten. Hier gibt es Gegner, die können uns versteinern. Ich mag schon, wir können uns versteinern schon gar nicht retten. Wir müssen uns versteinern. Überragend. Kommt ja wie gerufen. Das legen wir später wieder ab. Wir müssen dann, weil wir nach dem Joe's hier kommt, ist Illuminum und dort müssen wir die Beste wieder in der Ekstase haben. Aber ich denke mal, das machen wir im Illuminum direkt. So. Oh. Das war nicht gut. So. Ein paar Leute haben wir hier ihre Exhalte noch nach der Sin-Chubel. Direkte Angriffe gegen Schlafende sind immer gut Das war ja noch gar nicht Da ist der Landwitz auch wieder was Der Gift zieht immer ein viertel der maximalen HP ab pro Runde Hier war es anders als in 10.2. In 10.2 wurden solche Status Veränderungen nicht geheilt nach dem Kampf An sowas wie Verwirrung und Schlafschummen, aber nicht sowas wie Gift Der Gift gibt mir mehr Geschenke nicht wegrennen Anbetter 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 So be it. Let's start to load the X-Hazer. Ich kann euch mit vollen angreifen dagegen so mal als bester Immun. Ich kann euch mit vollen angreifen. Ich kann euch mit vollen angreifen. Oh, das sind die Gegner, die versteinern können. Muss man das aufpassen. Deswegen bleibt Juna in diesem Kampf immer dabei. Juna hat Steinschutz. Ich denke mal, der kann nur einen einzigen versteinern, hoffe ich. Ich kann euch mit vollen angreifen. 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 Das sind Gegner die Kennwacht Das sind hier glaube ich noch Gegner auf der Minenstraße Ich hoffe das reicht für ein Vernichten, natürlich Im Endeffekt ist kein Wunder, dass hier diese Gegner kommen, denn wir sind auf dem anderen Teil des Funguspass Wir waren ja am Anfang auf dem Funguspass, der ganz genau so war wie das Gebiet hier Das war die Terrasse, die gesperrt war Da waren wir im Endeffekt auch schon auf der Chausierstraße Schenk mir was Schenk du mir was Wacka hat Steinschuss drin oder was, das ist ja sensationell Und ich kriege auch die Erfahrungsfunkte für versteinerte Gegner Ja Das Ends Now Das Ends Now Das Ends Now Jetzt ist ein Fungspass Das Ends Now Ich kann mich nicht mehr auf den Fungspass Ich kann mich nicht mehr auf den Fungspass Aber wir können die Anfänger die Gäste Ein Rang. So, die Abzeugung nach links werden wir jetzt nicht nehmen, da gehts aufs Illuminium, da müssen wir sowieso hin. Gehen wir erstmal zum Tempel. Wir können nicht nur das, was wir? Nein, ich muss den Tod in jeder Tempel, um zu erreichen. Das ist ein Training der Summoner. Sie müssen uns vorbereiten, das Gefühl und das Körper. Alles, um zu vorbereiten, um das letzte Summoning zu machen. Hmm, es muss sich schwer sein, Yuna. So, wir gehen jetzt in den Tempel von Drosé. Was kann ich für dich tun, Boss? Nicht erzählen Yuna, was du kennst über Sin und Jett. Huh? Du kennst sie. Sie würde sich selbst von dir entfernen. Wir wollen das nicht. Ich verstehe, ich denke. Ja, aber auch wenn ich... Ich habe etwas gesagt. Was? Niemand glaubt mir, du kennst. Du kennst. Ah, du hast ein Punkt. Wenn du das denkst, habe ich wirklich zu wissen, über Jett? Was für meine Gefühle? Es ist besser, als du herausfinden, in einem kritischen Moment zu finden, zu werden emotional. Was? Ich? Emotional? Ich höre, du warst ziemlich der Schreiber. Ja. Vielleicht als ich ein Kind war. Vielleicht sogar ein bisschen jetzt. Ein bisschen. Hey! Ich habe noch nicht deine Geschichte. Juna würde das glauben, dass Sin Jack das wäre. Das wäre ein Zeichen von Schwäche. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Juna, es ist gut zu sehen, dass du und deine Kampagnen gut sind. Ich habe wahrscheinlich auch geschossen. Dann gib ihn uns. Schenk mir was, wir müssen uns über das denken. Es ist nur eine... Es ist nur eine... Es gibt so viele... Wir sollten... Wir sollten... Ist das der Jose Tempel? Wunderbar! 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 Die Leuchten-Mushroom-Rock. Es nur öffnet, wenn ein Summoner errichtet die Faith. Das bedeutet, dass ein Summoner bereits in da ist. Ein Summoner? Was, wenn es Donna ist? Wir müssen hurry. Genau! In wir gehen! Schöne Vorstellung des Tempels. Vielleicht treffen wir ein anderes Medium? Ob es wieder Donna sein wird? Vier Abilities mehr, wohin das nicht? Woher ist er? Ich habe ihn gefunden. Aber er wurde... in der Hälfte! Ich... Das... Idiot! Was... Was mache ich jetzt? Ich kann das nicht! Ich gehe zurück in Bessay! Okay! Okay, die Übersetzung haben sie uns übersperrt. Äh... Luzu hat es nicht geschafft. Luzu! Wenn ich... Wenn ich über die Übersetzung meckere, vergesse ich auch jedes Mal, habe ich... Ich habe mal wieder geguckt. Das ist... Also die deutsche Übersetzung basiert auf dem japanischen, nicht auf dem englischen. Das englische ist nochmal eine Sache für sich. Deshalb gibt es hier ziemlich viele Unstimmigkeiten. Ja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mit. Ich kann eigentlich Juna gleich mal wieder den Steinwall abnehmen, ... das Ding eigentlich abnehmen. HP plus 10% ... ... ... ... ... Jetzt steht vielleicht die dritte Tempelprüfung an... ... Irgend Indians... ... jüngst demnächst haben wir mir Illuminio und den Spieler mit Mio getroffen haben. Oder Ryo und wie auch immer der H right haben wir wahrscheinlich mal ein bisschen... Imumbles bei Spielen haben wir adventures auch nicht nur... Dann nehme ich einen guten Torwart. Von dem hier will ich keine Blitzball spielen. Jetzt vergesse ich die ganze Zeit Leute mal mit Felix anzuquatschen, aber das funktioniert nie. Das sollen wir dann mal machen, wenn wir in die Gaststätte rein können, nachdem wir hier wieder raus sind. Ich bege deine Entschuldigung, aber ich bitte nennen Sie? Ich bin Summoner Yuna, aus der Eilof Fusade. Wie ich dachte. Die Frau von Lord Brasca. Du hast den Blick von deinem Vater. Mein Vater? Du kennst ihn? Nein, ich habe nie mit dem Mann. Ah, meine Entschuldigung. Ich bin Isaru. Ich bin Summoner. Ich bin Fusade. Plein zu treffen. Und ich bin Morota. Ich stehe meinen großen Bruder hier. Seitdem ich ein Kind habe, habe ich immer auf den Lord Brasca gezogen. Ich wünschte, dass ich irgendwann ein High Summoner werde, wie er war. Du musst ein paar von deinem Vater haben in dir. Ich glaube, dass du irgendwann den Sinn verletzen kannst. Ich... ich bin nicht wirklich... ich bin nur ein Summoner geworden. Natürlich. Ich habe keine Intention zu verlieren. Sein Gesicht ist eine absolute Katastrophe. Der Mund bewegt sich. Der Rest sieht aus wie in eine Ebene gedrückt. Also wenn man sich das anschaut, das geht gar nicht. Ich bin auch nicht. Entschuldigung. So, vielleicht sollten wir gehen, um zu sehen, wer kann den Sinn zu verlieren. Nein? Oh. Sehr gut, dann. Ich accepte deine Herausforderung. Isaru! Yuna. Ich versuche dich zu verlassen. Gut Glück für uns beide. Ja. Das hier ist wieder so ein Lied im Tempel, das ist am Anfang grauenhaft, aber die länger man hört, umso besser wird. Was ist das? Hier hinten ist doch nicht die Kiste. Ich würde sagen, hier gibt es hier nichts. Na, Heiwild. Naja, besser als nichts. Wenn ich die Offensive gewesen wäre, hätte ich ja fast seit dieser Offen, die Priester. Aber die haben ja hier die Leute von der Offensive aufgenommen. Mega für mich, das ist richtig geil. Ja, BEACH Hey, Yuu. Ich? Du bist Juna's Guardian, nicht? Moroda hört eine lustige Omer. Ich.. Thought, dass du wissen würdest? Ich habe es von Kruise. Es scheint, dass die Summoner sind auf dem Pilgrimagen und einfach... ...dissappearing. Es könnte nur sein, dass die Fienden sie bekommen, aber nicht so viele, so schnell. Entschuldigung, dass ich nicht mehr weiß, aber... ...warte, deine Brüche. Nicht viel Zukunft für einen Guardian ohne einen Summoner, oder? Was? 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 Was ihr alle gesprochen habt? Wir sprechen über deine Arbeit als Guardian. Hey, ich mache gut. Right, Big Brother? Bitte be careful. Will do. Passé! Oh, was? Wir sind weg! Ich bin gleich da! 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 Ein kleiner Bruder als Labgard-Zahn muss auch anstrengend sein. Oder auch... ...ein... ...let's go! Okay... ...let's do it! Ich habe mir Notizen gemacht vorher. Mal gucken, ob die mir ausweichen werden. Das war jetzt noch nicht die... das war jetzt noch nicht die größte Hürde. So, jetzt hätte ich mir keine Notizen machen müssen. So, die Spirouinen sind weg. Also wir müssen das Muster da heute ein bisschen umkehren. Und dann habe ich immer noch eine Überwindung zu machen! Das war jetzt nicht so einfach! Also nur noch die Spirouinen ist, dass wir auch опас werden können. Das war jetzt so. ...underschönen. Also, die Spirouinen haben wir schon immer wieder werfen. Das war ja noch nicht. Die Spirouinen haben wir da gefogen. Hier haben wir uns nicht hier noch nicht? Also, diese Spirouinen ist immer noch nicht. Wenn wir nicht mehr als Siegeln haben. So, wir müssen den jetzt unter den anderen Altar schieben. Bisher auch noch nichts extrem unauffällig und schweres. Der Syroid leuchtet ein bisschen anders. Für die Syroiden, die hier drüben sind, sollen wir in den Altar stecken und dann müssen wir mit dem Altar wohin fahren. Dafür nehmen wir das... ...gleich das Zurücksetzfeld. Nein. So, durch die beiden Altar haben wir eine Sprungplattform, die zwar auch nicht sehr sicher aussieht. Die Altar 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 Da oben sind wir fertig. Die Altar Die Altar Die Altar Die Altar Die Altar Das war damals immer cheeky. Ich habe nicht daran gedacht, dass hier auch noch was ist. Ich bin dann ewig rumgeirbt. Die Altar Die Altar Die Altar Die Altar Die Altar Du bist ja keine schweren Dinge Mischi mit jeden dieser Altare, Altäre, wie auch immer, nach hinten Das erste war bei Faris ohne Elementar, das zweite war Feuer und man merkt welches Element dieser Tempel hier wohl angehört. Das war's für heute. Da haben wir auch den Sphéroiden den wir für einen Schatz brauchen gefunden. Das ist ein Tempel, Schatz. Die Sphéroide ist eigentlich genau das was sie bräuchte. Oh, Tempelprüfung abgeschlossen. Well, well, you again. Still traveling, Mike, around I see. Was ist es, Barthello? Du kennst den Sphéroiden? Du bist... Arendt, nicht? Was davon? Kann ich deine Hand schreien? Arendt? Nein, Herr Arendt. Bekannt wie ein Wunderhund und respektvoll geachtet von jedermann. Thank you, Sir. This means so much to me. Calling a person... And you call yourself a Summoner? Yeesh. Barthello, enough. Get back here. Hang in there, buddy. Hey? You should try to see... Picks. Donna ist gar nicht da, okay. Aber da war sie, glaube ich. Na gut, egal. You owe much to your father. All these guardians. And Sir Arendt too? And I hear Mace de Seymour is quite taken with you. The world must look different when you're the daughter of Lord Brasca. This has nothing to do with my father. I am traveling on my own, as a fullfledged Summoner. Oh, is that so? Then try standing on your own two legs for once. Your guardians won't be able to protect you when the time comes. Yeah, we have Xion. The third best, yeah. Ah, früher auch als Ramgu bekannt. Wir wollen gucken, ob wir jetzt hier drin was bekommen können. Jetzt können wir hier drin ein bisschen freier rumlaufen. Ach da, steht nichts. Jetzt nehme ich eine neue Ausrüstung für Wacker, der Wechselspieler. Ich hoffe, der ist gut. Sehr schön. Die ganzen Affen, die spielen beim X-2 auch eine wirklich wichtige Rolle. Die sind jetzt in den Tendl rennen, oder was? Ja, ich hoffe, der ist jetzt in den Tendl rennen, oder was? Spiel lieber Blitzballen mit mir, willst du nicht? Ach ja, ist ja. Wenn wir jetzt die magischen Gegenstand, die wir mitgenommen hätten, hätten wir ein kleines Problem. Da könnten wir nämlich so schnell nicht mehr rein. Wo ist denn Juna? Wir müssen jetzt mal übernachten in der Raststätte, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir hin sollen. Ja, ja. Wie geht's denn weiter? Jetzt müsste Juna irgendwann kommen. Dann packen wir sie mal ins Team, ganz umgekehrte Psychologie. Gut, wenn sie ja nicht kommt, dann muss er ja noch irgendwo im Tempel sein. Irgendwie wollen wir mal die ganzen Dinger abklappen. Geht lang. Juna hat alle besägen dich, die gestorben sind. Bis zum Reißenzer, bis zum Reißenzer, bis zum Reißenzer, bis zum Reißenzer, die sind gestorben. Jetzt war nix. Es steht noch eine Kiste, hallo, warte, warte, warte. Da liegt Juna, aber erstmal gehen wir zur Kiste. Ich habe fast den Aether vergessen. Sie laufen hier alle ohne Bettdecke. Oh, 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 oh. Don't worry. Oh, in dem Hinter, ne, die hat sie eilig. Yo, Sleepy Head. Sorry, I'm so sorry. Please, forgive me. Really, there's no rush here. Your hair. A Summoner with bad hair. What's the world coming to? You could have woken me up. Uh, we called to you, but with all that snoring. Oh, oh, what is it today? Everyone's picking on me. Lobbing. Oh, you too, Sir Orrin? Once Lady Una fixes her hair, we leave. Das war eine Shaker rein in der Kopf, jawohl. Zuerst muss ich speichern. Ich habe mal ein bisschen die Una geärgert, aber das ist ja nur spaßig gemeint, denn das versteht sie auch. Deswegen ist das kein Problem. Jetzt geht es um die Illuminum weiter. Wir könnten jetzt, übrigens jetzt ist der Funguspass bewollt. Okay, wir könnten jetzt durch den Funguspass zurück bis nach Luca gehen. Ich fühle mich, dass ich genug bin. Aber danke für deine Wunschung. Sie werden auch wieder verlassen? Ja, zuerst wir über den Funguspass, und dann gehen wir nach Nord in der Suche von Chocobos, um die wir verloren haben. Nachdem wir die Chocobos finden, unsere Wunschungen wiederholen werden. Huh? Du hast nicht jemanden verloren? Kapitän, warte für mich! Was hast du so lange? Wir sind weg. Du wirst mich mit einem Chocobos halten? Frau Yuna, ich wünsche dir gute Glückwunsch. Elma, Klasco, los geht's! Ma'am. Hey, kann ich nur noch ein bisschen? Keine Wunschungen. Ah, die nette militärische Sprache. Wie gesagt, wir könnten jetzt nach unten zurück gehen, da wird es nochmal... Woher zu nächst? Wir könnten jetzt noch Luca zurücklaufen. Gotcha! Moonflow Baby, hier wir kommen! Illumino mit dem Ziel, Guadalus Salam. Hier ist beim ersten Speicherpunkt am Ende. Ich merke schon, hier gibt's keinen ersten Speicherpunkt. Da gibt's mich immer noch, da wird es nicht mehr während der Abenteilung. Da sind die Arme Youth zusammengekommen. Du wirst nicht mehr die Seine. Du wirst ihn mit den Spannungen über Valorieren. Da bist du in der Abenteilung! Da bist du in der Abenteilung von der Abenteilung. Nee, wacke. Hier kommt dann später wieder Belgien, wo wir wieder einen Westerkampf veranstalten. Deswegen müssen die Wester vorher in Ekstase gebracht werden. Und es gibt hier noch... ...was die personelle Seite betrifft, eine Erinnerung. Irgendwie Dominum. Wie komme ich da nicht an die Kiste ran? So. Oh, Level 1, Sweru Pässe, dreimal. Sensationell. So, da ich nicht weiß, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Oh. Wenn ich zurück, gehe ich zurück in den Joseon Temple und speichere dort. Ich werde dich alle auf. Summoner Yuna, bereit. Ich werde dich nicht auf. Ich werde dich nicht auf. Ich werde dich nicht auf. Okay, Linde. Ist doch Sch Cleanda, oder? Naja wenn sie sich ins welles nicht so gehen müssen. Na dann, ich könnte mal was那么 schwieriges Grem album. So, da ich in der Stunde noch am Speicherpunkt sein möchte, werden wir jetzt ausnahmsweise mal fliehen. Da gibt es nämlich auch Ekstase-Typen, wo sich die Ekstase erfüllt, wenn man so und so flieht. Ja, man kriegt diesen Ekstasen-Typ, wenn man so und so flieht und die Ekstase erfüllt sich auch beim Fliehen. Ist vielleicht nicht das sinnvollste, nicht der ehrenvollste Stil, aber schadet da nicht. Ich muss erstmal gucken, wann wir mal andere Ekstasen-Typen lernen. Nur Tidu ist kein Kampfgeist. Ich lasse er hier fast noch vergessen. Wann kriegt sie denn eigentlich mal wieder Magie? Die kriegt immer nur Magie-Abwehr. Da. Wenigstens gleich ums Maximum. Um vier, aber auch erst sonst davon. So, beenden wir es hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal gucken wir dann, was das Illuminium für uns bereitet. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.